Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, nur gemeinsam können wir den Wandel erfolgreich gestalten. Ohne Mitbestimmung wird es nicht funktionieren. Das ist ein Zitat von Andrea Nahles. Der Gemeinderat hat aus seiner letzten Sitzung die Vision 2030, die strategischen Leitsätze und die Projekte und Aufgaben finalisiert und zur Mitwirkung durch sie freigegeben. Zur Vision 2030 und der strategischen Leitsätze möchten wir Ihre Meinung abholen, damit wir wissen, ob Sie mit der Ausrichtung und den erarbeiteten Zielen vom Gemeinderat auch einverstanden sind. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Meinung und Ihre Ideen bis zum 9. Juli mitteilen. Das können Sie über die Webseite www.waldkirch.ch wo Sie weitergewiesen werden auf mitwirken-waldkirch.ch Nach der Anmeldung können Sie sich zu unseren Vorschlägen einbringen und somit uns zusammen die Vision sowie die Entwicklung von unserer Gemeinde mitprägen und mitgestalten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.